Also mit 11 Eliminierungen Gold haben als Tank ist wirklich sehr bitter. Nee, nicht nochmal mit dem Team. Wirklich, nicht nochmal mit dem Team. Das war jetzt gerade eben schon ein bisschen bitter gewesen mit denen zusammen. Nachher wechseln die wieder tausendmal und pausenlos ihre Charaktere. Können sie ja gerne machen, aber naja. Ich glaube die waren auch noch nicht so hochläufig. Ich sag da ja auch nichts bei, ne? Wir haben jetzt ja auch schon... Ich glaube wir sind im selben Team. Toll. Hat sich ja gelohnt. Ja, wir sind tatsächlich im selben Team. Okay. Okay, wir sind im selben Team wieder mit denen. Okay. Nochmal liefen tue ich nicht, komm, ist auch egal. Sind wohl derzeit nicht gerade viele Spiele unterwegs. Habt ihr einen TS hin? Und der sagt, wechsel, wechsel, wechsel da ein. Nee, kannst du nicht, wechsel. Nee, mit denen kannst du nicht um. Wechsel. Na, kannst du nicht, wechsel. Ist bestimmt der hier, der das den Leuten die ganze Zeit sagt. Schlimm. Einfach nur schlimm. Die Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Echt. Hui. Affenpower. So, und jetzt wollen wir wieder starkes Mobbing machen. Bin mal gespannt, was ihr so drauf habt. Nö, 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 nö. Mein, mein Platz. Pfeife. Äh, so. Ah, ne, noch 30 Sekunden. Ich hätte ja gerne noch den Erfolg, wo wir wieder diesen Süß-Sticker bekommen, ne. Aber dafür müssen wir... Ey, lass das mal. Pass mal auf, was du tust, ey. Pass mal auf, was du tust. Pass mal auf, was du tust. Die Leute hier runterschubsen, finde ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Dieser Dude, was? Jude? Will er sagen, dieser Jude? Das ist so dumm. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Schild hingesetzt habe. Ich dachte, das Schild ist da, wo ich lande. Ja, okay. Wollen wir mal sehen, wo ist das Schild? Ja, nicht ganz da, wo ich lande. Was ein unnötiger Start. Was ein absolut unnötiger Start. Mann, mein Ding ist nicht lang genug. Das gibt's ja gar nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Heute. Alter. Okay, äh. Ja. Oh, schon wieder so eins, wo man die ganze Zeit stirbt. Ich weiß noch nicht so ganz, wohin mit Winston. Wir können zwar vorwuddeln. Aber das bringt nichts, wenn vier unserer Mitglieder tot sind. Wie gesagt, ich bleib jetzt hier stehen, weil... Ich versteck mich hinterm Bus. S453, hopp. Hast du davon. Geh mal weg. Heilung gibt's eh nicht. Geh mal wieder zurück. Heilung gibt's eh nicht. Ja, die hol ich mir selber. Schup. Danke. Ich wollte dieses Heilung hier haben. Aha, gewonnen. Gewonnen. Na ja, gut. Äh, da war ein bisschen zu viel. Ich hätte gedacht, mein Team wuselt da irgendwo rum. Aber Zenyatta hat natürlich mit seinen, äh... Mit seinen Kugeln, mich im Rage-Mode mit 1000 Leben, natürlich mit 5 Kugeln erledigt. Weil seine Kugeln machen 400 Schaden oder 500 Schaden pro Schlag. Hui, ich komme. Ja, bringt auch nichts. Oh, Mann, wo ist mein Team? Wer ist mein Team? Und diese Zenyatta, ne, der macht hier Damage ohne Ende. Der fährt hier wirklich. Das ist unmöglich, wie viel Damage der macht. Wirklich. Winston ist cool, ne, aber ich brauche ein Team dafür. Weil irgendwas muss mich beschützen. Irgendetwas muss mich beschützen, sonst bringt das nix. Alter, dass ich diesen fucking Turret nicht tot bekomme, ne? Das wundert mich jetzt aber auch schon ein bisschen stark. Alter, finde du. Das Schild ist auch irgendwie ein bisschen für den Arsch. Weil, naja, irgendwie hält das, glaube ich, nur insgesamt 100 Schaden ab. Es kommt auf jeden Fall so vor. Es kommt einem auf jeden Fall so vor, als ob das Schild nur 100 Schaden abhält. Ja, ja. Oh, falsche Taste. Ich wollte eigentlich, äh, ich, 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 ich wollte nicht in Rage-Mode gehen. Ich wollte, ich wollte, äh, nicht in Rage-Mode gehen. Da, äh, hab ich mich ein bisschen verdrückt. Ich wollte eigentlich das Schutzschild machen. Ups. Naja, passiert mal. Ach, das gibt's doch nicht. Dieser blöde geschmolzene Kern immer. Und dieser Zenyatta. Stoße ich die Gegner eigentlich mit meinem Angriff hier zurück? Oh, das war fies. Das war Mobbing. Das war jetzt wirklich starkes Mobbing. Meiner taktischen Analyse zufolge wird die Zeit. Analyse ist natürlich auch ein schönes Wort. Analyse zufolge. Ist das ein furchtbares Team. Schnell. Match verlassen. Ich bin zwar vielleicht nicht der Beste mit dem Affen, aber, äh, ist, ne. Der konnte leider machen, was er wollte. Sein Geschützturm steht mitten irgendwo und er kann machen, was er will. Ja. Ich verlasse mal ganz schnell das Match. Wir warten mal einmal. Ja, scheiß auf Warten. So, hoffentlich jetzt ein anderes Team. Das wäre mir ganz genehm. Ich möchte nämlich auch mal mit Winston gewinnen. Haben wir eigentlich schon mit Winston gewonnen? Ich glaube nicht, ne? Das ist natürlich dann sehr bitter. Aber kommt bestimmt auch. Irgendwann kommt das auch noch. Irgendwann. 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 Offensivhelden sind flexibel und mobile Bedrohungen. Ähä. Jetzt habe ich was gelernt. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Hatten wir das hier nicht schon? Ich bin... Hatten wir nicht schon gewonnen? Oh Gott, Alter. Mein Gehirn funktioniert sowas von überhaupt nicht derzeit. Also heute. Nicht derzeit, sondern heute. Wie gesagt, ne. Stunde Schlaf. Stunde Schlaf. 9 Stunden Arbeiten und seit jetzt fast 16 Stunden Waff. Geil. Äh. Waff. Wach. Oh. Okay. Alter, das ist echt nicht... Ich möchte Winston mehr Aufmerksamkeit schenken, aber... Wenn das Gehirn so überhaupt nicht mitmacht, dann müssen wir Winston sogar echt nochmal noch eine Runde machen. Die Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Weil ich kann... Ehrlich, ich kann... Ich kann überhaupt nicht mehr. Ich bin ein bisschen fertig. Wirklich. Heute ist echt hart. Ich glaube auch, dass ich gleich mal kurz unterbrechen muss. Beziehungsweise unterbrechen muss und dann... In den nächsten Tagen nochmal wieder. Was ist denn los mit dir? Da sind wir. Wir haben eine Brille auf, weil wir ein Gorilla sind. Das wirkt halt dann intelligent. Kann hüpfen. Hüpfen. Mist. Ich wollte erstmal die Bastion töten, bevor sie sich eigentlich erstmal verwandelt. Aber das ging daneben. Schade. Ja, jetzt hat die Bastion nämlich, glaube ich, alles getötet. Ja. Würde ich mal ganz grob behaupten, dass die Bastion jetzt gerade alles erledigt hat. Jey, Doppelkill. Jey, Doppelkill. Der Bastion ist hier. Hat sonst keiner das Ziel erobert? Wirklich? Wir sind alle vorgerannt. Ja, es ist nicht mal ein Pro Gaming, wa? Haha. Schön, dass meine Teamkameraden auslachen ist schön. Wir sind mal hier in der Aktivität. Haben wir einen Heiler? Ich hätte gerne mein Ulti hier. Ich glaube, mein Ulti ist hier ganz lustig. Schau mal. Ja, ich schleu da sonst wohin. Mann. Ach. Nur bei uns sind wir weggeflogen. Alles klar. Aber ich dachte, er sieht uns auch so wegfliegen. Hui. Bumm. An meisten Spaß macht bei Vincent Hüpfen. Ich weiß auch nicht. Ich bin da so, ich bin da eher so der schlichte Typ, weißt du? Das Hüpfen halt ist voll mein Ding. Das wird uns beschützen. Alter, wie viele Schüsse braucht denn der Typ überhaupt, um mich zu erledigen? Drei? Ich bin ein Tank, verdammt. Oh. Klar, der Reaper hat Schrotflinte, aber trotzdem drei, vier Schüsse, um mir 500 Leben abzuziehen, ist ein bisschen bitter. Das ist doch ein bisschen bitter. Alter, ich will sie da noch runter muckeln. Aber die sind nicht da, wo sie sein sollen. Da komme ich durch. Ich stelle mich mal hier mit hin. Schade. Keinen getötet. Nur Damage gemacht. Ey, das gibt's ja gar nicht. Sie sind echt jedes Mal runtergefallen. Ungünstig. Naja, aber wir gewinnen. Ich hätte ihn zwar gerne runtergehauen, aber... Ne, 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 ne. Wir haben gewonnen. Ich weiß nicht wie, aber wir haben gewonnen. Die waren noch beim Zielpunkt, oder standen die da echt nur vor? Ja, Lebensretter. Zielpunktretter. Gott, da hätte ich mein, da hätte ich mein Ulti einsetzen müssen. Verdammt. Hier, ich kann das machen. Bringt nicht viel. Ich glaube, für Ulti müssen wir vier Leute in unseren Rage-Modus töten. Ja. Feuerlöscher verprügel. Ich hasse Feuerwehrmänner. Die retten Leben. Und die löschen Feuer. Als Pyromane hasst man dann halt einfach Feuerwehrmänner. Das ist halt, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Hui. Affenterror. Das war ein toller Sprung, Mädchen. Ach Gott, Alter. Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Warum waren die zu fünft drinne und wir waren zu null drinne? Ey, wirklich? Wo ist mein Team? Jetzt wirklich? Ich habe das nicht gesehen. Ich war der Einzige im Zielpunkt mit Genji zusammen. Da ist der Heiler. Ja, ja. Der muss ja hier draußen sein. Mach mal Hüpf hier. Ach, Mann. Das sind doch nur fünf Sekunden. Die können sich ganz schön hinziehen. Hau da auf die Taste. Wie verrückt. Ah, deswegen sind sie nicht im Punkt. Scharfschützen haben wir nur. Ah, okay. Das ist natürlich, äh... Alles Gute, komm von oben. Heilung? Okay, hole ich mir selber. Passt schon. Hole ich mir selber. Mach dir keine Umstände. Stell mich hier hin und warte. So. Da haben wir auch ein bisschen Heilung bekommen. Huch, ich bin zu weit geflogen. Entschuldigung, ich bin zu weit. Ah! Ah! Ich bin von der Map gehüpft. Ich bin von der Map gehüpft. Ach, Mann. Dieser böde Winston. Scheiße. So. Wie viele Scharfschützen haben wir denn hier überhaupt drin? Ah, nur noch einen. Okay. Ach. Ich finde das gut, dass die einzeln reingehen. Ich meine, das hat auch was. Wo ist mein Team, ey? Ich weiß nicht, wo mein Team ist. Ich sehe es nicht. Wo ist es? Das gibt's nicht. Okay, das ist schon wieder... Das ist schon wieder sehr komisch. Oh, Mann. Ich will gewinnen. Ich will da. Feuerlöscher. Nimm doch mal einen anderen Healer, Alter. Du hast mich schon bis jetzt null Mal gehealt. Null Mal. Also ich glaube nicht, dass ich einen Heilungsschuss von dir abbekommen habe. Okay, Entschuldigung. Okay. Ich kam nicht hoch genug. Ich schäme mich. Ich bin kein guter Gorilla. Ich häng hier fest. Ja. Ich weiß einfach nicht, warum mein Team nicht zum Punkt rennt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es rennt einfach nicht zum Punkt. Ich bin immer alleine im Punkt. Ich will nicht alleine im Punkt sein. Gibt's ja gar nicht. Was macht ihr da oben? Was ist da oben? Gibt's da oben gratis Kuchen? Okay. Da oben gibt's eindeutig gratis Kuchen. Ich guck mal hin. So, wo ist der Kuchen? Ich meine, wir stehen ja alle hier oben. Was möchtest du dein Körper? Was? Möchtest du dein Körper? Dein Körper mir geht was? Ich bin verwirrt. Ich mach einfach mal hier ein bisschen, ne? Meine Güte. So, ich stell mich mal in die Heilung von Soldier. Das heilt mir. Du bist wieder die, du. Oh, ich hab Heilung bekommen. Oh mein Gott. I am shocked. Ich bleib mal hier, ne? Ihr könnt da hinten hampeln, wie ihr wollt. Hui, da fliegt was. Was ist da los mit dir? Danke. Ja, auf Genji ist es immer gut. La, 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 la. Was ist da? Schieß mal. Hallo. Hallo. Okay, kein Leben. Na Mann, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert ist. Wir kängen hier fest. Was? Die haben den Punkt eingenommen? Ist ja unfassbar. Na gut, hier war ja genau dieser Eispegel. Da hätte ich auch nicht reinspringen können. Da wäre ich nur eingefroren. Das will ja keiner, ne? Wer mag schon gefrorenen Gorilla? Pfeife. Ich bleib hier und warte ab. Das machen sie schon. Ich bin da sehr stolz auf die. Ja, bringt überhaupt nicht. Also leistungsverstärkt. Also ich habe richtig gemerkt. Der Damage war der Floss quasi. Der Floss. Ich hatte leider kein Ulti. Sonst wäre leistungsverstärkt, glaube ich, richtig cool gewesen. Weil dann habe ich, glaube ich, 2000 Leben oder so. Keine Ahnung. Aber dann geht es auf jeden Fall Wumpe. Ja, das macht er jetzt. Hey, gewonnen. Gewonnen. Wir sind da hinten. Der küssende Medaillenaffe. Yeah, küssende Medaillenaffe. Ich darf heute nicht zu schnell reden, wirklich. Oh, ich darf heute echt nicht zu schnell reden. Ja, das war aber eher weniger Genji als alle anderen. Hast du aber Glück gehabt. Oh. Ja, wir sind sehr stolz auf die da. Gerade nicht. Sorry. Sonst immer gerne Shadowing, aber gerade nicht. Sonst sofort. Sorry, Salty. Gerade nicht. Gerade nicht. Ist ja unfassbar. Bis zum nächsten Mal. .